Als russische Revolution bezeichnet man mehrere revolutionäre Umwälzungen in der russischen Geschichte des frühen 20. Jahrhunderts. Im engeren Sinn die Oktoberrevolution von 1917. Ihre Voraussetzungen resultierten aus einer Konstellation, in der sich die politische und die soziale Erosion der russischen Gesellschaft überlagerten. Russische Revolution 1905 Die russische Revolution 1905 umfasste eine Reihe von Auseinandersetzungen und heftigen regierungsfeindlichen Protesten gegen den russischen Zaren Nikolaus II. Folgen der Revolution Russland bekam auf Grundlage des Oktobermanifestes Nikolaus II eine Verfassung, die eine Volksvertretung vorsah. In der Verfassung wird die dominante Stellung des Zaren betont. In der Folgezeit bemüht Nikolaus II, sich die gemachten Zugeständnisse wieder zurückzunehmen. 1907 wird das Wahlrecht zugunsten eines Zensuswahlrechts geändert, was große Teile der Bauern und Arbeiter von politischer Repräsentanz ausschließt. Auch wenn dies einen Verfassungsbruch darstellt, Max Weber prägte hierfür den Begriff Scheinkonstitutionalismus. Reformen für Agrarwirtschaft sollten es den Bauern ermöglichen, selbst zu wirtschaften und rationelle Anbaumethoden einzuführen. Ziel war die Schaffung eines bäuerlichen Mittelstandes. Punkt Russische Revolution in 1917 Februarrevolution Bei Kriegsbeginn 1914 stand die Mehrheit der russischen Bauern hinter der Zarenregierung, die im Bündnis mit Großbritannien und Frankreich stand. Der für Russland ungünstige Kriegsverlauf und die schlechte Versorgung der Zivilbevölkerung führten jedoch bald zu einem Stimmungsumschwung. Die Protestbereitschaft wuchs zum Alzan Nikolaus II, der seit August 1915 den militärischen Oberbefehl führte, geforderte Reformen ablehnte und stattdessen die polizeiliche Überwachung der Bevölkerung ausweitete. Die Proteststimmung verschärfte sich zu Beginn des Jahres 1917 spürbar. Als Preissteigerungen und eine weitere Verschlechterung der Lebensmittelversorgung die Bevölkerung in Petrograd zu Streiks und Demonstrationen trieben. In der Februarrevolution von 1917 beendeten Arbeiteraufstände die russische Zarenherrschaft. Die vom Zar mit der Unterdrückung der Aufstände betrauten russischen Soldaten weigerten sich nicht nur anders als 1905 auf die Demonstrierenden zu schießen, sondern liefen teilweise zu ihnen über. Der Zar musste am 2. März Jul, 15. März 1917 Gretsch abdanken. Die durch den Rücktritt entstandene neue Machtsituation überraschte die bürgerlichen Parteien. Die Duma setzte eine provisorische Regierung zunächst unter Ministerpräsident LWOW und dann unter Kerensky ein. Eine erste Amtshandlung war die Verkündung von Grundrechten. Aus der Revolutionsbewegung entstanden parallel dazu Arbeiter und Soldatenräte, die aus Mensheviki, Bolschewiki und Sozialrevolutionären bestanden. Die Kommunisten und Sozialrevolutionäre führten unter der Losung alle Macht den Sowjets die Revolution weiter und verhinderten die Bildung einer bürgerlichen parlamentarischen Demokratie. Beide Organe kooperierten und konkurrierten im folgenden Miteinander, ohne wirklich die volle Macht zu übernehmen. Währenddessen ereignete sich in der Provinz eine regelrechte Bauernrevolution, der die provisorische Regierung machtlos gegenüberstand. Dabei organisierten sogenannte Bauernkomitees die Zwangsenteignung der Gutsbesitzer. Die Kerensky-Offensive war gegen die Mittelmächte gerichtet, scheiterte jedoch im Juli 1917 nach knapp drei Wochen. Oktoberrevolution, die von seinen Anhängern umjubelte Rückkehr Lenins nach Russland am 3. April 1917, veränderte die Situation. Sein politisches Programm umfasste neben der sofortigen Beendigung des Krieges vor allem keinerlei weitere Unterstützung der provisorischen, bürgerlichen Regierung. Da er diese für kapitalistisch und unfähig hielt, besonders die Beendigung des Krieges wurde zum Streitthema der Verantwortlichen. Nach mehreren Umbildungen der provisorischen Regierung hatten einzelne Mensheviki und sozialrevolutionäre Kabinettsposten erhalten, welche die Regierungslinie, den Krieg fortzuführen, jedoch nicht beeinflussten. Militärische Niederlagen und weitere Verschlimmerungen der Versorgungslage sorgten für einen rapiden Vertrauensverlust der Bevölkerung in die Regierung. Daher konnten die Bolschewiki seit September 1917 klare Mehrheiten in den Sowjets von Moskau und Petrograd für sich verzeichnen. Damit waren für Lenin, der seine Anhänger bereits seit seiner Rückkehr auf einen bewaffneten Aufstand vorbereitete, nun günstige Bedingungen für eine Revolution gegeben, in der Nacht vom 24. auf den 25. Oktoberjul 1917 nahmen bewaffnete Bolschewiki die wichtigsten Einrichtungen der Hauptstadt Petrograd ein, setzten unter Trotzkis Führung die Regierung ab und riefen die Machtübernahme der Sowjets aus, wobei sie auf relativ geringen Widerstand stießen. Die Bolschewisten setzten sich bei der Errichtung ihrer Diktatur über den Willen der Wähler hinweg. Im November wurde im ganzen russischen Reich die schon lange geplante Wahl zur konstituierenden Versammlung durchgeführt. Die Bolschewisten erreichten einen Anteil von etwa 25 Prozent. Als diese verfassungsgebende Versammlung im Januar 1918 zusammentrat, wurde sie von den Bolschewisten umgehend aufgelöst. Russischer Bürgerkrieg bis zur Gründung der Sowjetunion 1922 Der russische Bürgerkrieg von 1917 bis 1921 kostete über 8 Millionen Menschen das Leben. Die Bolschewiki gingen als Sieger aus der Auseinandersetzung hervor und gründeten 1922 die Sowjetunion. Der Krieg umfasste vier Auseinandersetzungen, innerer Kampf um die bolschewistische Räteherrschaft. Kampf gegen die deutsche Armee bis zum Friedensvertrag von Brest-Litosk. Danach Auseinandersetzung mit der deutschen Besatzung bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Äußerer Kampf in Gestalt der Intervention von 14 Staaten, darunter Deutschland, die USA, Japan, England und Frankreich. Unabhängigkeitskriege der größeren Minderheiten Kapitel Frieden Kapitel Frieden Michael Frieden Für den này